sie sind zwei tag zwei bist du schon wieder bei dem nicht dacht du sagst mal was zu machen muss aufgabe aktualisiert nur toleranz oder ist das jahr racer liegt ein schau bei rasgen vorbei ich muss gar nicht mal mal müssen gar nicht mehr schlafen und so ich muss mich da was holen habe ich noch helft mehr habe ich noch kiosk was kaufen vielleicht alle werte wieder auf 100 prozent alles gut bei mir nach der season ja echt ist es da nicht mehr so klein ich habe sie nicht verkleinert weil ich habe jetzt den gekriegt von mir ist mit er gestorben zweimal gestorben zweimal betteln gewesen ja habe ich auch hier passen habe ich auch wieder mache ich nachher gleich kaputt leicht zerwege wieder ich habe ich habe ich habe ich bin so reich war ich weiß ich noch nie bist du zingelaufen eigentlich hier raskin das ist hier der raskin hier muss sein der sieht gut das sieht gar nicht so gut aus so wie so ein toupet von schlechten machten wasken wird sich jetzt benehmen wenn auch wieder willig so als muss ich das abgeben hier mal zum crazy die eine battle meile hier hier ist ein fahrrad ich habe ein fahrrad eins von drei wo ist es hier hier aber es ist wahrscheinlich bei dir nicht da hier steht es bei mir weil ich kann bei mir was er vorne läuft da achtung da kommt der dieb der läuft da spazieren achtung ja ja ich bin jetzt auch da komisch noch was es waren du nicht da mir war wieder nichts da gewesen kompferdamin und weiter jetzt ja ich will betteln das geht es nicht oder 77 Da war er! du bist es achtung da ist eine achte weg hier weg hat mich schon so bin schon drin moralis gebrochen kacken gehen geht es dürfen sehen 884 dollar alter ich und ich habe alle bedürfnisse gedeckt so gut ist noch nie gelaufen ich habe fünf schlafdinger oder wie muss ich da drauf klicken warum habe ich jetzt fünf so schlaf unterlagen jetzt weiß ich nicht hergestellt vielleicht hat das eine hergestellt aber beim schlafen wird der extrem kalt ich habe irgendwas 5 plus gekriegt warum jetzt muss ich den poncho habe ich doch so einen speziellen poncho den ziehe ich jetzt an ziehe ich mir die regenresistenz kappe an kälte nässe und die mütze ist nässe nämlich weniger gummistiefen so und dann ziehe ich dann tue ich noch was essen und zwar jeden pfleger reinhauen so und jetzt muss ich mich auch immer noch da wo ich vorhin war weiß aber das ist was ich muss mich jetzt wollte ich schnell ab ich bin noch dabei im revier wird vom revier bei kirche bin ich jetzt hier ich jetzt falsche richtung die falsche richtung sein mit zum train station und dann links ja ich laufe der kirche ich laufe der kirche jetzt oder wie ja ich laufe der straße und haben fahrrad 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 hier kommen her zu mir bei der kirche bin ich bei der kirche nein das ist nicht bei der kirche da sehe ich dich da sehe ich dich gut nach rechts dieses fahrrad das echte erwarte ja warum ist das andere ja eben warum ist das andere bei mir nicht aufgetaucht was bei dir war ist über mieser ist jetzt aber jetzt mit wohin denn unten oder oben ich sehe die schütteln du rennst dann muss schnell weg oben oder unten unten ist da hoch gerannt ich habe gesagt kommen sie schon so nass ich hab's ein poncho an ich hab kommt ich nicht so ich hab auch eine andere mütze die wasser resistent ich blick das spiel richtig mehr als du sogar ich hab auch schon mal eingemachen ich habe eine tote ratte braucht eine tote ratte die warum es für dahinten eine sabotage ach so muss ich eine sabotage machen oh mein mir geht es so gut komm jetzt wo bist denn du jetzt hätte ich gegenüber gemacht schau mal da ist die aufwärmstation hier drüben da ist sie schon kommen wir gehen schnell ich bin doch nest weil ich ja weil du kein poncho an hast heißt messe weg geht ich bin nicht ich nicht was sie nicht umgezogen auch keine andere mütze hast nicht angezogen habe ich nicht ich hab nichts ich hab dir alles immer gegeben so ich habe mich eine extra resistente mit sie jetzt hier bist am verhungern ist doch das stück brot doch zwei gekauft und zitrone zitrone auch doch immer aber arsche oder was ja was kriegst du von mir du brauchst immer zitrone hast du gesagt extra cloud für dich er hat genau tote ratte ja nice tschüss ich komme gleich wieder tote ratte was du alles einstecken hast ich habe jetzt mittlerweile drei so stoffbeutel ne drei so maximum 30 stoffbeutel oder was das sind so rote gepünkelte noch größer eigentlich umhänge tasche ja ich weiß ein bisschen besser als ich weiß ist das ist schon geil kann man nichts sagen geiler typ moral gebrochen jetzt aber jetzt aber plastiktüte gekriegt gucke ja von wem gestohlen oder was nein von der aufgabe aktualisiert frau so wieder zu dir warte mal bleibt mal da wo du bist okay und am dach ich komme gerade ich muss gerade noch wäsche waschen da bei der laundry der wäscherei unter der brücke weg 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 hinweg da stehen wir noch hinter dir nicht jetzt verschluckt und ich wollte es noch was knack gemacht muss schlösser knacken machen hat der polizist ist zum polizist gewesen der hund ja schon wieder schon wieder ich bin durch das geht ab da kann man nicht rein muss das bloß noch bluten was da drin ist okay jetzt gehen wir mal gehen wir mal zum crazy warte 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 muss das zurückholen was da drin ist ich habe extra aufgeschlossen gleich wieder gleich lasst es daher gehen wir endlich schon hinterher rennt ja schon hinterher der wohl jetzt nicht jetzt ist schon weg aber jetzt geht da nicht mehr hin okay bin hier wo bist denn du weiter ich bin außer hatte ich habe extra schloss geknackt das gute ist der hund schon wieder ja da ist nichts sonderes drin oder ich habe es trotzdem gut nix dabei gewesen das gute sache hefte holen wir gleich mal so er hat nur noch 800 ich bin mit allen werten auf 100 prozent ich bin so ich bin so fame in dem game jetzt richtig stolz auf mich hier kräuter hier ist kräuter hier ist kräuter alter im crazy geile stuhl habe ich spielzeug habe im crazy im crazy Alter, warum? Ah, nicht geschafft. Vier spiedrische Verhauen. Oh, jetzt kann ich gucken. Das Spielchen machst du. Bubelos, toll. Bubelos ist immer gut. Turnschuhe hochwertig habe ich gefunden. Geil. Haben die denn Turnschuhe hochwertig? Ja, es regt ja nicht mehr. Ich könnte ja was anderes wieder anziehen. Könnte wieder die Jacke anziehen. Sponsor ausziehen, die Jacke an. Hier, ich bin nochmals für dich. Was? Ich hab noch was für dich. Ja. Rede erstmal mit dem Crazy jetzt. Bin ich schon. Altmetall verkaufen. Gut. 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 wir rechnen talent wie bitte hab ich dem alles kaufen kann ich kann mal analysieren geht das bei dir auch da oben ich brauche eine asphaltplatte drei stück geht es auch bei dir hier oben jetzt was ist dabei oben bei dir auch hier hier ist bei dir auch so ein ding das habe ich nicht ja ich gebe dir noch mal ich muss erst mal so braucht was mir das benehmen steuer nicht erwähnt hast du es gemacht steuer nicht erwähnen fünf altmetall oder was soll jetzt dem habe ich auch gemacht habe ich auch gemacht ist der ausstand zur unterkunft das nehme ich glaube gartenzwerg ausstattung zur unterkunft das war es jetzt schon wieder oder was will etwas dazu lernen lass uns über kommunikation habe ich auch das gemacht berechnen kann ich bei dem mache jetzt berechnen warum ist das so kurz nur zum klauen wo er bestimmt eine aus morgen wenn mich erwischt hätte ich habe den zeitschriften ja jetzt habe ich auch experten kommunizieren gerecht bei dem machen ich habe auch was gemacht bei ihm lauter geht nicht handeln ok 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 gehen wir jetzt hin nächste mission wir sind eh durch die ganze stadt noch laufen weil ich brauche noch was ich brauche noch was für den nach dem fahrrad was brauchst du ein fahrrad naja stimmt oder wir uns finden hier bei dir wird es weg sein die quest denke ich mal wüsste nichts mehr finden ach so monties geschäft fragt meissner ob er elektrogeräte oder ähnliches hat soll ich mal hingehen das machen habe ich das auch heute mal im monties geschäft monties geschäft ist cool das klingt gerade hier ein obdachloser namens alter rasnik hat ein paket gestohlen das dem paar brüllen ist dann moritz kirche adressiert war versuche den kerl zu finden ok 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 wir müssen jetzt jetzt müssen wir den mal doch schlagen ich mag aber das neue waffe hier habe eine hatte ich schlag ihm war ja papier mal aus schlagen warte mal jetzt muss woher ich habe es geschafft musste spiel spielen was ja das einsteher ein strich oder du hauschen die fresse ein polier schon die fresse macht es unterkunft oder was soll ich machen bist du ich habe es auch kriegt erfolg ich habe erfolg gekriegt ich habe es gekriegt mit dem einen dinger ach du hast das talent berechnet gekauft ja ok alles das auch geschafft mit einem stinken mit einem dinger ist schon heftig alter ok dann können wir jetzt monties geschäft machen und danach gehen wir heiligster lump ok hinterlistiger lump da ich mal lesen guck mal was ich eigentlich brauche noch das berechnet jetzt kann schon andere sache beim kommunizieren ich muss dann später habe ich habe schon immer anders an drücken können aber ich muss anders machen misserfolg schade ich kann ich kann jetzt irgendwas noch anklicken und dann zu ding machen wo bist du jetzt hin und ok ja zum meister jetzt kann ich sogar noch so spielchen machen während des battles ich baue jetzt gerade mal was hin hier ich baue jetzt gerade mal was um jetzt kann man die unterkunft aufrüsten jetzt wird's geil wie geht es noch mal unterkunft konfigurieren so hartgesotten gesundheitliche regeneration beim schlafen der unterkunft werden krankheiten geheilt oder soll ich beim schlafen deiner unterkunft regeneriert sich deine moral krankheiten krankheiten oder ja kann ich das jetzt auswählen rassagier erhöht den platz und 20 punkte könnte ich auch machen ok ok wunderbar guck mal ich habe hier gerade zwerge hingeschmissen zicks wir da haben monty's geschäft so kommen lassen abgeben ich muss habe noch auf dem inventar ich bin schon mal hier unten ich bin schon mal hier oben ich bin schon mal hier oben Wein im Pappkarton, wo habe ich denn den her? Ah, ne, oder was? Oh mein Arschloch, bin ich so. Hallo? Hallo? Ich habe noch so, wie ich es darf hier. Leg mich mal hin. Okay. 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 Ich bin verhungern. Weg mich, Alter. wow ich habe so kerzen ding so kerzen irgendwo noch ein bisschen ambiente macht hier das muss ich zum meisten hast du gesagt meisner m das ist eine mission und das geschäft wegen der mütze habe ich geschenk und vertrauen auch kein geld staubsauger aktualisiert zu lernen mühwühler talent vertrauen 50 bis 80 ich brauche noch ein ding für mülltauchen brauche ich noch ein bisschen mehr vertrauen bei meisner ok sonst lager wird immer schön und lauter und lauter mit dem habe ich schon ist schon fertig geplaudert sagt mich so bist du bist so stark warum kommt man da nicht durch ja du bist ja ich konnte doch gerade eben was bauen das musst du jetzt hin was fehlt jetzt da fertigen level 6 ja was haben die was für ein level habe ich jetzt fertigen level 5 ja toll jetzt brauche ich noch 1200 punkte ja wahnsinnig wahnsinnig das ist echt geil und nicht mehr friert wenn man auch ein bisschen durch nest ist und so ich die Vielen Dank. Wieso denn das? Das sagt man nicht. Das Spiel ist sehr schwer. Ja, du musst sechs Mal treffen. Fiktor. Das ist echt ein dummer Kotz. Gibt es einfach nicht. Ein schäbiges Dach. Ich kann wieder ein Dach hinbauen. Planenwand. Planenwand. Ja, mach Planenwand. Ich habe noch einige geplanten, wenn du welche brauchst. Ja. Das ist brutal viel. Ich kann mal eine Planenwand hinbauen. Ja, da wo die Dinger stehen jetzt mal. Hier, wo kein... Ja, ja, mach die hier hin. Hier. Oder da hin. Hier. Auf die Seite. Ich nehme die Dinger hier weg. Warte. Ich mache die hier weg. So. Ja. Warte, ich mache die erst weg hier. So. Aber die kann ich nur schräg bauen. Komisch. Ja, geil. Das passt. Sieht geil aus. Ja, das ist gut so. Warte. Mal ein bisschen zurück. So. So, ja. Sieht gut aus. Ja, nice. Nice Sache. Woll. Oh je. Gestank voll, du. Gestank voll. Voller Gestank. Seife. 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 So, eine Seife. So. 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 Ruppellos. Fünf Stück. Fünfmal Ruppellos. Ich glaube. Das ist nix. Mal die Goldene haben. Hier kommt's. Au nix. Au nix. Dreimal Niete. Niete. 5 Nieten. Leck mich um. Platz. Hier. 5 Nieten. 5 Nieten. Dann nur mal. Gehens. Schlorien. Ah, ehrlich. Das ist so wenig Platz ist. Ah. Das träume ich hier auf. Mal latschen können. Ah, ehrlich. Wenn ich Minigames hab ich mir ordentlich. Ding abgezogen. Ja, Energie, ja. Ja. Und hab nix. Gebacken gekriegt. Sehr schwer. Ja, du musst sechsmal treffen und hast einen kleinen Strich. Krass. Sechsmal das kleine Strichchen treffen. Das ist absolut unmöglich. Hatte ich noch nie ein sehr schweres. Abartig ist das. So, okay. Bin parat. Wo geht's hin? Bin erschöpft. Jetzt. Ist da mal ein wenig geschlafen. Hey. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Da kommen wir jetzt natürlich hier durch. Schlafen. Ich weiß es. Ich wärme mich auf, ohne dass ich irgendwas machen kann. Das ist ja geil, ne? Das ist unglaublich, oder? Das gibt's nicht. Ja, das ist nicht. So krass. Mal was fertigen. Was kann ich denn jetzt so mal fertigen? Planwand ist immer gut. Und dann noch ein Unterstand. Dass wir uns die Unterkunft weiter ausbauen können. Wie kann ich denn diese Unterlage bauen? Ah, da brauche ich erstmal eine Pappe. Für Pappe brauche ich zehnmal Müll. Habe ich da. Zehnmal Müll. Normaler Müll. Komm her, warte. Zehnmal Müll. Gib dir mal was. Müll, Müll, Müll. Hast du beim Mais noch mal die Schlafunterlage jetzt gekauft? Ja. Ich habe eine. Ich habe eine. Nimm die Gegenstände jetzt. Aber die, die bessere jetzt. Brauche ich nicht jetzt beim Mais nicht. Ich will Müllwühlen machen. Mir ist kalt. Okay. Ich habe es. Warum ist es mir kalt? Warum ist es mir kalt? Ja. Am Schlaufe vielleicht? Muss sein. 13 Grad kann mir noch nicht kalt sein. Ja. Vom Schlafunterkunft. Vom Schlafunterkunft. Feinig. Mit Schlafunterkunft. Ich habe bloß noch zwei Stück dann so drei. So vieles Zeug rumstehen bei uns im Lager jetzt. Vorher war gar nichts, Alter. Ja. Du siehst, das geht nur so im Plunder rum, Alter. Ich bin gleich wieder da. Okay. Themilch destro vollkommen gut. Ich kann sie nicht, aber sie sollen noch zu nachdenken. hallo ich habe ja außersehen zu viele dinge gekauft wie zu viele heft gekauft häftle jetzt vier hälfte er gedrückt oder was nene ich habe gesagt habe keins mehr aber ja es kann nichts schaden ich habe auch brauchen zwei häften die biotika muss die männer da hat mir 88 krone unten verbandkasten gegeben schlecht nicht schlecht freiwillig oder geklaut freiwillig bettel und bettler weil ich mir gebe die nix bettlerei wurde bettlerei jetzt ist ein dieb neben der beim aufwärmen punkt habe jetzt aber berechnet ich glaube ich kann jetzt irgendwas anderes drücken kann es sein wenn du mal sicher so kämen und dies geschäft kehre zur moni zurück und gebe ihm den kaputten staubsauger wenn man das machen können wir machen gestohlenes paket gebe ich jetzt mal beim fahrer ja 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 muss ja eh vorbei gestohlenes paket mit schon machen dann noch eins zurück aber ich muss ja auch noch mal über die kommen auch ich musste ich gebe es schnell noch mal was zu dings um etwas bitten meine segen ich hole mir noch was deswegen und dann hole ich mich schnell antibiotika antibiotika und ja mal an die bürger ich glaube dir jetzt schon zu glück vielleicht hast du glück sie mir was einziehen was habe ich noch zum essen pizza der m ist noch offen pizzeria habe ich noch von dem müll jetzt habe ich es einkaufen antibiotika poli meckert noch eins sagen wir zwei an die bürger stohlenes paket stimmte das süße dumme nutte wie geht's ich habe eine quest von ihm bekommen habe ich auch habe ich auch und dann noch mal brauchen sie irgendwas hilfe habe ich noch alles habe ich noch eine habe ich auch um etwas bitten darf ich den großen da wir ein segen bitten große seger immer geholt ich glaube jetzt mal einen kaffee und dann brauche ich mir vielleicht da ist einer was polizist glaube ich ich muss schnell rein da rennt ihr keiner in der rechnet ne scheiße sie angehört schon schiss gekriegt ok eingesprungen der heizkessel in der stadt also man dies geschäft jetzt oder was aber ja und das geschäft mehr türer schnee und das ist gerade hier in der st moritzkirche wurde eingebrochen der dieb hat ein goldenes kreuz ok alles kenne ich meinen goldenen kerzen ständer gestohlen ist hier das gut zu stellen das ist ja als gewalt zum pfandhaus und hier erfolg nämlich wieder beim stehen erwischt tatsächlich ist ins pfandhaus rein witzig da gibt es einen kaffee verkäufer ja das ist nicht gerade eben ich kaufe jetzt mal ein guter kaffee plus 20 kaufmann sehr guter ganz klar kaufen würde gut reiß jetzt fand leier kommt ja anleitung das geht los geht's war eine krone will er ich habe keine zwei ok hat ein foto habe ich bekommen wurde das verdächtige war sagt du hast keine 200 kronen doch so krone ich habe jetzt ich habe eine andere mission noch gehabt von ihm die habe ich vorher noch gemacht und da habe ich 150 gekriegt ok da habe ich die gleich wieder einsetzen können bei dem kann man fast kaufen damit wieder oft genug keine jacke biker jacke was kostet die lederjacke habe ich bei mir 1200 warme jacke biker jacke lederjacke kälteresistenz 7 messer ist jetzt 20 kälteresistenz 25 nesse 25 das wäre schon geil so eine biker jacke 2000 kosten die also 400 für günstig schaukelpferdchen kann ich kaufen nein jetzt haben wir gesagt das andere noch hier monti monti wo waren wir jetzt was mich das mehr türe oder haben wir jetzt gemacht und was wollten wir noch nach monties geschäft machen wir jetzt ein brot reindrücken monties geschäft war natürlich gehabt den foto von dem mann der im moment geschäft nicht mehr da ist es nicht wusste muss den einbringer des fotos sucht ja und monties geschäft machen wir jetzt da muss man laufen also monties geschäft außergewöhnliche stoffen kriege ich nicht bis dahin was brauchst du außergewöhnliche stoff hätte ich keine gekriegt was brust ist nein hätte ich gekriegt ich habe den vercheckt ich idiot nicht gekriegt aber brauchen können schon ein paar mal ja ein tour hast du wieder angesprochen ein haug. ein ller ein aja ein fully Gängster, 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 Gängster. Muss ich eh da lang. Zurück? Ja. Na ja, Bünder. Bei 5 Grad habe ich keine Schwierigkeiten mit der Kälte. was denn die vorige season ich brauche asphaltplatte erstklassiger müll einmal es ist ein kleineser boobers Hier sind wir aber sehr seltener, wo ich jetzt gerade bin. So viele Sachen bei dem, Alter, leck mich am Arsch. Hier ist der Staubsauger, ich brauche nur noch einen kaputten Staubsauger irgendwoher. Jetzt kannst du mit dem quatschen, quatsch mal dem. Ich habe den kaputten Staubsauger schon gegeben. Ja eben, ich auch. Jetzt brauchst du aber später einen, brauchst du später einen für seine Quest. Ich muss mal ewig weiter drücken bei dem, ewig weiter drücken. Irgendwann kommt noch eine Quest, dann nochmal eine Quest, dann noch eine Quest. Das ist richtig krass, Alter, was da alles. Es geht ewig. Wenn du denkst, ich spier dich, dann kommt gerade nochmal eine. Oh, ich habe keinen Staub. Hier sind die Kopfhörer. Kopfhörer habe ich auch keine. Habe ich zerlegt erst letztens. Hast du noch Kopfhörer? Kopfhörer, Radio oder Wasserkocher? Habe ich alles zerlegt letztens erst. Warte mal. Haus ist das, oder? Staubsauger. Brauchst du alles oder was? Nee, brauchst du ein einziges davon, oder? Kann jetzt mal, ich guck mal. Ich habe ein Radio. Tastatur. Ja, Tastatur. Nehmen wir mal Tastatur. Ich habe ein tragbarer Herd. Brauchst du das alles oder was? Nee, brauchst du das alles. 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 Nee, alles geben. Die habe ich erst zerlegt. Was brauchst du denn jetzt? Radio, Tastatur. Tastatur. Und Radio. All das Radio. Kaputtes. Ja, kaputtes. Kaputtes Radio. Gibt es erst alles zerlegt? Tastatur kaputt. Was noch? Ich weiß nicht. Ich gucke mal raus und gucke. Ich kann jetzt blocken. Ja. Geil. Tastatur habe ich. Auch kaputt ist Staubsauger. Auch Kopfhörer und Wasserkocher, die wo ich zerlegt habe. Und Staubsauger noch. Ja. Kopfhörer. Kopfhörer. Fertige neue Fertigungsstufe. Reis. So, was hast du jetzt? Weiß ich doch nichts. Ich gucke. Fertige Level 4. Okay. Ja, also. Mir fehlt jetzt noch Staubsauger. Und du brauchst noch was. Und Wasserkocher und Kopfhörer. Ja. Und Staubsauger hast du abgegeben. Jupp. Arsch. Natürlich. Und welche Quests haben wir jetzt noch? Der heißt Monty's Lehrling. Ja, der Quest. Da haben wir dann noch. Märtyrer. Anatolik hat den Foto vom Mann. Okay, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Da steht immer noch Staubsauger kaputt. Steht immer noch nur. Also ich brauche Staubsauger, Wasserkocher und Kopfhörer. Da gehe ich jetzt so lang betteln, bis ich das habe. Staubsauger. Alles, ja. Müll, Wühle, Staubsauger, glaube ich. Okay. Eingesprungen. Der Heizkessel, der Jean Monty, ist ausgefallen. Und der Handwerker ist nicht gekommen. Aber nicht nur das. Geh doch nicht ans Telefon. Sollen wir mal gucken beim Handwerker. Eingesprungen. M. Eingesprungen. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar. Bin ich gleich da? Ah, warte mal. Eingesprungen. Hier. Bin ich gleich da? Ich auch. Kann ja gar nicht sein, wenn du gleich da bist. Doch. Wenn du das sagst, dann bin ich auch gleich da. Du bist ja hinter mir sogar. Ich habe wieder Kräuter. Ich habe zweimal Kräuter. Einen Scheißhauspapier für dich. Ich nehme dir jetzt noch einen Scheißhauspapier mit. Das ist ein Näge-Scheiß, ein Gans. Ah, ich habe Kopfhörer, aber das sind ganze. Auch eine kaputte, gell? Ja. Kann ich die kaputt machen? Nein, sollst du dich kaputt machen. Hä? Findest du den Müll? Die Cloud findest du nur ganze. Gute kriegst du nicht vom Stählen. Nein, nein. Hier, was ich gebe dir jetzt was. Es gibt dir jetzt da einen Züg. Hier, nimm jetzt an. Hä? Sollst du das annehmen? Ja, ich war gerade auf der Karte gucken. Ja. Was will ich jetzt noch? Oh, du Staubsauger habe ich hier. Der habe ich aber normalen Staubsauger, keinen kaputten. Schau mal, was ich habe hier. Jetzt ist er mit. Ja, was soll ich dir jetzt geben? Ich muss abgeben. Ich muss mir nicht geben. Ich muss ihm Mais zurückgeben. Was soll ich dir jetzt geben? Foto des Verdächtigen. Nee. Was wollte ich dir jetzt geben? Hier. Hier, das da. Wie sag ich da? Die Heilsalbe, die kannst du mal benutzen, wenn das kritisch ist. Ja, sagt er. Ja. Muss ich mir jetzt gleich mal da rein machen. Stech. Heilsalbe. Heilsalbe. Kusten ist hier. Kaputte Kopfhörer brauchen wir. Kaput ist. Was brauche ich denn noch? Ähm. In meiner Müllwühle. Ja, eben. Kapp, Wasserkocher, Staubsauger, Kopfhörer. Ach, nutzlosen Müll brauchst du auch. Ich brauchst Müll, nutzlosen Müll. Oh, ich alles so zig. Ja, hab ich alles da. Was nutzlos? Müll kann ich halt eben nützlichen Müll machen, was du wieder heisst. Ja. Nutzloser Müll und Müll ergibt nützlicher Müll. Eigentlich logisch, oder? Sehr gut. Das ist eigentlich richtig gut, weil... Früher haben wir es ja mal verbrannt, weil man... Weil es mal so kalt war. Ja, das ist mein Wort. Was habe ich denn hier noch für eine Jacke? Schicke Jeansjacke. Geil. Der Tag ist gleich vorbei, ne? Tage gehen so geil vorbei, jetzt. Dass es nicht mehr so kalt ist. Schnell vorbei, aber... Müll tauchen. Äh, Stufe höher, Müll tauchen. Das ist echt brutal schnell, ne? Playguy im Müll gefunden. wieder kaputte spielzeug gefunden. jawohl. wieder kaputte spielzeug gefunden. wieder kaputte spielzeug gefunden. wieder kaputte spielzeug gefunden.